Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbelt und unser Thema heute Rosisi Kardinal. Wir haben hier bei Lubera, und zwar meine Frau, hat eine ganze Serie von Rosen, ich stehe hier mitten unter ihnen gezüchtet, die sogenannten Rosisirosen. Einfache Rosen, einfache Rosen in der Blüte, einfache Rosen auch in der Kultur. Und da gibt es eine Untergruppe, die nennen wir die Beetrösel, die man in Beete pflanzen kann. Die kann man aber auch in Kübel pflanzen. Und hier haben wir mal so eine Kübelpflanzung gemacht, im 14-Liter-Topf eine Pflanze reingepflanzt, dieses Frühjahr. Und so sieht dann die Pflanze im Juni, Juli aus. Rosisi Kardinal zeichnet sich durch dieses intensive Rot aus, dann am Anfang durch die gelben Staubfäden, die nachher weiß-schwarz verfärben und die Mitte wird dann weiß. Das heißt, die Blüte ist sehr lange schön zuerst rot-gelb, dann rot-weiss. Und auch wenn sie verblüht, sieht es noch sehr apart aus. Und wenn dann ein Windstoß kommt, dann werden diese älteren Blütendolden sehr schnell gesäubert. Und gleichzeitig gibt es immer wieder neue Blüten, die entstehen, neue Blütendolden, die entstehen, sodass permanent den ganzen Sommer über eine wunderschöne Blütenpracht mit dieser Rosisi Kardinal entsteht. Eine schöne Beetrose, 80 cm bis 1 m hoch, oder eben auch im Topf im Kübel für ihre Terrasse zu Hause. Hm, wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zur Lubera.com, dem Shop mit über 5.000 Pflanzen und über 5.000 Gartenprodukten. Hier, hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier, ja hier gibt's Gartenvideo.com, wo Sie einfacher durch unsere über 1.500 Videos versorfen können. Und hier, ja hier gibt's Garten.com, wo es mehr Gartenunterhaltung und mehr Garteninformation gibt. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen. Gartenunterhaltung. Gartenunterhaltung. Gartenunterhaltung.